Poodle ist ein Padding Oracle Angriff auf den Record Layer, der für SSL 3.0 funktioniert. Poodle wurde von Bodo Möller, Tide Wong und Christoph Kotowitsch beschrieben und Poodle steht für Padding Oracle on Downgrade Legacy Encryption. Das Angreifermodell von Poodle ist das Beast Angreifermodell, also der Man in the Browser plus den Man in the Middle. Wir müssen zunächst beschreiben, wie Padding in SSL 3.0 funktioniert. Hier wird ein anderes Padding angewandt als das in RFC 2440. Auch hier in dem Beispiel fehlen für den letzten Klartextblock K-Byte, um auf ein Vielfaches der Blockchiffen Blocklänge zu kommen. SSL 3.0 spezifiziert folgendes Padding. Es werden K-1 zufällige Byte angefügt und im letzten Byte wird die Anzahl dieser zufälligen Byte genannt. Das Padding kann also entfernt werden, indem das letzte Byte angeschaut wird und die Anzahl der Byte, die dem Wert dieses Bytes entspricht, wird dann von dem Klartext entfernt. Zusammen mit dem Block M3 ergibt sich jetzt eine korrekte Blocklänge. Als Anmerkung, der Wert minus 1 ist natürlich nicht erlaubt in diesem letzten Byte. Es muss immer Padding angefügt werden. Das heißt, wenn K gleich 0 ist in M3, muss ein vollständiger Block von N-Byte gepattet werden. Das Ziel des Pudelangriffs ist es, wiederholt gesendete Klartexte zu entschlüsseln. Also zum Beispiel Session-Cookies, die immer wieder mitgesendet werden, auch wenn die TLS-Session sich ändert. Der Pudelangriff ist nicht auf einen gleichbleibenden Schlüssel angewiesen. HTTP-Session-Cookies werden das Standardbeispiel sein in vielen unserer Anwendungsfälle. Für den Pudelangriff ist es wichtig, dass das Opfer die Webseite des Angreifers lädt, denn wir brauchen einen Man-in-the-Browser-Angreifer. Dieser Man-in-the-Browser-Angreifer ruft eine speziell präparierte URL auf. Diese URL ist so aufgebaut, dass ein kompletter Block, also 8 oder 16 Byte Padding, angefügt wird. Das heißt, der Klartext ist ein Vielfaches der Blockchiffenlänge und wir stellen sicher, dass ein voller Block Padding angefügt wird. Dadurch wissen wir, dass der Wert des letzten Bytes 15 oder 7 ist, je nachdem, welche Blockchiffre eingesetzt wird. Der Angreifer fängt den entsprechenden TLS-Rekodern ab. Für den aktiven Teil des Angriffs ersetzt der Angreifer den Schiffertext C3 durch C1 und das Ziel ist, das letzte Byte von M1 zu bestimmen. Nach der Entschlüsselung des Blocks mit diesem neuen Schiffertext Block C1 wird das letzte Byte als Padding interpretiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Padding-Angabe falsch. Es können hier beliebige Werte zwischen 0 und 255 vorkommen. Und nur ein einziger Wert ist korrekt. Wenn also dieses letzte Byte einen Wert ungleich 15 hat oder ungleich 7, so wird nach dem Entfernen des Padding der Mac nicht gefunden. Denn es werden entweder Teile des Macs mit entfernt oder es werden zufällige Byte belassen. Wenn also jetzt die Mac-Überprüfung ansetzt, dann wird der Mac fehlerhaft sein und es wird einen Bad-Error-Mac, äh, Bad-Mac-Alert geben. Nur mit Wahrscheinlichkeit 1 durch 256 enthält das letzte Byte den korrekten Wert 15 bzw. 7. Diese kleine Wahrscheinlichkeit reicht uns aber aus. Wir müssen also, um ein Byte zu entschlüsseln, im Schnitt 128 Versuche machen, bis wir einmal ein Padding gefunden haben, das korrekt ist. Wenn hier der Wert 15 steht, dann tritt kein Mac-Fehler auf. Denn in diesem Fall wird das Padding korrekt entfernt. Der Mac-Algorithmus nimmt die korrekte Byte-Folge zur Überprüfung des Mac und es tritt kein Entschlüsselungsfehler auf. Diesen Fall können wir anmessen. Der Klartext M1.16 kann dann analog zum Vodenay-Angriff berechnet werden. Wir haben also wieder den Zwischenwert x16 und der kann verwendet werden, um über diese xor-Gleichungen den Klartext M1.16 zu berechnen. Der Wert x16, der Wert M16 und den Wert x16 können wir dann berechnen, indem wir 15 mit dem letzten Byte von c2-xor. Der beschriebene Angriff funktioniert nur für das letzte Byte von c1. Zur Berechnung weiterer Klartext-Bytes kann der Angreifer die Byte-Wise-Privileges-Technik aus Beast verwenden. Dieser Angriff funktioniert jetzt für SSL 3.0. Die Frage ist also, ist eine TLS 1.2-Verbindung auch mit Poodle angreifbar? Und hier kommt eine Besonderheit ins Spiel. Und zwar ein undokumentiertes Browser-Verhalten, das die Autoren aufgedeckt haben. Den sogenannten Downgrade Dance. Der Downgrade Dance funktioniert wie folgt. Der Browser sendet ein Client-Hello und gibt dort seine aktuelle TLS-Versionsnummer mit 1.2 an. Wir erinnern uns, wir haben einen Man-in-the-Mittel-Angreifer, der die Netzwerkverbindung zwischen Browser und Server kontrolliert. Dieser Man-in-the-Mittel signalisiert einen Netzwerkfehler nach dem Client-Hello. Dieser Netzwerkfehler wird vom Browser interpretiert als fehlende Unterstützung des Servers für TLS 1.2. Er versucht es also erneut mit einem Client-Hello mit der TLS-Version 1.1. Auch hier sendet der Man-in-the-Mittel-Angreifer wieder einen Netzwerkfehler nach dem Client-Hello. Der Browser geht noch eine Stufe tiefer. Er versucht das mit TLS 1.0. Es wird nochmal ein Netzwerkfehler signalisiert. Und nun versucht der Browser einen Verbindungsaufbau mit SSL 3.0. Und wir sind genau in dem Fall, für den der Pudel-Angriff gefährlich ist. Der Angreifer lässt jetzt das Client-Hello durch. Dadurch wird SSL 3.0 ausgehandelt und im Record-Layer verwendet und der Angriff kann genutzt werden. Das Fazit. Der Record-Layer von SSL 3.0 ist komplett gebrochen. Das Downgrade-Dance-Verhalten macht den Angriff extrem gefährlich, auch wenn Client und Server eigentlich eine höhere Version von TLS nutzen wollen. Die einzige Lösung, um sich gegen Pudel zu schützen, ist die komplette Deaktivierung von SSL 3.0, sowohl im Browser als auch im Server. Das Ausgabe-Dance-Verhalten macht den Angriff.